Guten Morgen, willkommen hier in jeder Einer von Dels Morris. Ich will den Vers zu begrüßen von 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 3. Ich will den Vers zu begrüßen von 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3. Ich will den Vers zu begrüßen von 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3. Ich will den Vers zu grüßen von 4. Korinther, Kapitel 1, Vers 3. Korinther. Ich will den Vers 3. Korinther, Kapitel 2, Vers 3. Korinther 1, Vers 3. Korinther. Ich will den Vers 4 loswerden, die in diesem Jahr stehen, in dieser Zeit der Vorwahl der Aufstieg. wir mal meinen Sinn nachschule, als ich in den Jugendjahren wäre, und ich habe ihm viel gerechnet, ich bin ein 60er Mann, mit der Spazierer. Und das ist auch einmal vorig, für so eine Stadt, nicht? Und das ist das Leben zu eng, und für dich, und aber für die Familie, für die Nure, die nach hier sind, für dich, das lebe doch nicht wieder. Das hielt doch nicht hier ab. Und weil wir dann an so eine Denke, was wir dort beleben, dass die vorer, grandpa, vielleicht even great-grandpa, ich weiß nicht, wo wir das tun, ah, so wachstorben das. So, wie sind wir von der Morse, Taub, und der Zeug, Tim, what? Well, zum Gott, den Wirt, anheuern, und in der Sinn, von Gott, den Wirt, in der Haule, davon reden. Und wahrscheinlich, wie der Lern hat, wie kann, das ist das ungestürt, von der Governmenterschutz, von der und auch keine Taubkomme, Tim, von Gott, in Wirt, reden. Dort war der letzte Werkbüte, wir so verundern, dass es eine Werk, ah ja, mäßig, geglauben, dort wie am selben Land, und auf selben Städt, wohnen, eine Werk, nur der Nächste. Nächste, weil das war, das ist ein größer Unterschied, die Fälder, die Fälder, um den Sprain, und wir haben eine Werkträge, vor allem, hoher Winter, wo verschieden, aber ich glaube, wir sind, meist alle, vielleicht alle Dampen, oder Fäder, dass der Winter nicht einmal so hoher ist und so einträchtig, wie es hier wird, für die Messe, Werkwenz. Und nun, war da ein andere Ware, und wir sagen, wir würden in der Tür, sich in das Drei, Morge, das verspringen, eh? Das scheint, das ist wundervoll. Einmal hier im Popfarsch, fahre ich immer gut, nur der Hauptfarsch von der Message, ich habe mir ein Popfarsch zu lesen, Psalm 103, der Tagsfarsch, oder der Message von der ist, in dem Seuer Bekonder Psalm, Psalm 23, weil wir von der haben eine Message, und ich bin noch gleich Psalm 103 zum Farsch zu lesen, weil mir so sehr wertvoll sind, einmal weiter zu lesen. Vers 2, 103, Vers 2, Luf den Hörn meine Seil, und verjaht nicht, was hei die Gäude gedoen haf, der die all diene Sinden verjaft, in all diene Krankheiten heilt, der diene Leben von verdorfen Rat, in Med Gnud, in Med Leid kreint. Wof er gerade unterscheidt, Sinde verjeebe, Krankheiten verjeebe, physical even, hat Gott uns physikal Gesundheit geäben, Seine, wo besonders jästlich, weil wir jästlich krank sind, er hat uns gesund hat, und dann sagt er, in der steht, von Krankheit, von wie man sind, man schlafen, man krank hat, man hat, in der steht, er hat uns leben, und hat uns verdorben, und mit Genode, mit leid, hat uns unterscheid, merkt dort, als du und ich, Jesus, sind kind sind, bei deinem verlangen wird Geld zufried stellen, solange du lebst, dass du jung und stark warst, als in Odla, das wäre Gottes, das wäre Gott, wird Gott in mein Leben gedone haft, und wird in deinem Leben gedone haft, und wenn er noch nicht haft, dann will er noch in dein Leben. Er will dir ein ganz andere Uitzag geben in dein Leben, wenn du noch nicht Jezus als dein Heiland hast. Er will dat alle change, dass du ein ganz andere Uitzag hast, dass dein hart ändert, dass du unernst so sehen wir alle seht das. Und dann wird ein großer jung, was den Uitzag sagt hier, stark, jung und stark, wahrscheinlich. Ich sage, besonders dankbar für Jebeten, was Jebeten haben, und die Message, muss Gott ihn sein, und muss Gott ihn vergelten für Jebeten. Jebeten für die Redner. Wir sind Menschen, und wir brauchen Gott uns Seine und Seine und Haube und Bistone und zu Gottes Ehre kann sein, dass ihr Werk braucht ein Bein, was nicht ein bisschen Trouble hat, mit Sehnen und Beinen und so wieder. Und von nichts groß war so viel beträgt sie da und Gott fährt. Wie alle drehen und Psalm 23, so dass ein Seher bekommt das Psalm wird voller Psalm von Deos Morris. Der Psalm sagt Deo ist mein shepherd Jesus is my shepherd und es schief und gedacht und das geht ans shepherd ist wie von dem schub schub hand vielleicht hat wer von jün ein schub tüß a little lamb or sheep hafter ist wer ein schub tüß probably not vielleicht nicht wir sind nicht so viel haben wir sind dort und sie jängt weil hier in du sind so eine wird so in hand und schub und in shepherd dann haben das der hat für den schub ab posten und in chän david hat das psalm geschrieben und wie ein shepherd für king word und so wie ein shepherd was ab und hat für den schub ab posten so wie ihr bekommt schub wie ein shepherd und dann hier sagt Gott the Lord das sagt he the lord is my shepherd the heart is my word my word and nothing fehlen das was david seht he wie ein shepherd was zu schub ab starb aber nu sagt he god jesus wird dann nicht up in wo ist schein ich darf ich lebe da und sagt der her der her ist mein shepherd gott im himmel as mein shepherd he heißt mein schub so und dann sagt er mir wird an nisch fehlen sei wie dort hier dort david der hat gott 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 is mein schub what dat in schub johannis 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 verminen die Sünde. Dann sagt die 12. Verschie über ein Ungenumner, der nicht Hort ist, und der Schub nicht eint, wann er den Wolf kommen sieht, der verlaut den Schub in Flecht davon, und der Wolf schermatzelt nach dem Herd, der wird den Einranen. Das wird Jesus sagen, dass ein Ungenumner Hort da ist. Sankt Christin, der Schub heißt ein Ungenumner, wann er hier vor seine Da ist, wann er die Arbeit ein bisschen challenging wird, wenn er den Schub hat, dann wird er in den Wolf vielleicht auch, in den Wolf vielleicht in den Gratland als ein Kajori, aber einer weiß, er sitzt in Kuma, und dann wird er dort, das werde ich vielleicht nicht machen gehen, ich werde meinen Schub vielleicht nicht gerne beschätzen, und was wird er hier sein, weil ich nicht habe eine gute Arbeit zu tun, man muss das nehmen und rein für. Und das wird Jesus sagen, wann er uns nun noch hört, da ist, der Rang führt. Der Ungenumner Rang war, ich will es euch erst ein Ungenumner, und dann ist es nicht um den Schub zu tun. Dann ist es wirklich nicht um den Schub zu tun, er hat davon einen Lohn, er wird betont gekriegt, dafür, das wird er Schub heute da, interessiert das vielleicht nicht mal, plus wenn er eine Arbeit hat, wenn er einen Income hat, so will ich Schub heute, das wird Jesus hier im Verhältnis geben, von den Ungenumner hören. Und dann ist es ein Ungenumner, der Fertig, das ist, ich sehe die Goude Horde, ich kann meine Schub, und meine Schub kann in mich. Das ist, was Jesus sagt, dass er mit Schub schafft, und das, wenn er ein Goude Horde ist, der Horde kann seine Schub, das kann er, das kann seine, wenn sie Schub sind, wenn er würde, wenn ein anderer hat Schub abkommen, das Horde weiß, wenn sie Schub sind, nein, er weiß, wie er ist, er sagt hier eben, er kann seine Schub, meine Schub kann in mich, die Schub weiß auch, wer ein Shepherd ist, das ist ein Knäckchen, zwischen der Schub und der Shepherd, du hast ein Knäckchen, die kann er sich, kriegt er aus dem Fuder mit und ich den Fuder kann und ich gebe mein Leben für den Schub. Hier sagt er, der Schub, der Kann Jesus, der Shepherd, kriegt so gut, aus was Jesus und Gott sich kann dann. Dort hielt sich über Seuer vollkommen. Dort hielt sich über Seuer vollkommen, so ein verbungen, aus dem Schub, soll man den Schub aus. Heute kann er, wenn sie in Schub sind. Wenn wir nach Meier lesen, was ein Shepherd ist, Matthäus 18, Matthew 18, Verse 10, Matthäus 18, verstehen, dann lesen von Schub besorgen, die Schub besorgen, nicht eins von dieser Klinie verachten, wird dort sein, er Engel im Himmel, seinen Emmer, dort gesagt, von meinem Vater, im Himmel ist. Jesus darf groß werden von Verleidungen, die hier reden, wo Menschen sehen, was andere verleidet und so wieder. Dann das wurde, dass sie nicht verabschieden, dass sie nicht verleidet haben. Wie uns die Menschen sehen, als die verlorenen Seile zu machen. Jesus wird in dieser Welt kommen zum verlorenen Seile Halbe. in der Tragwiese, der Amrupe. Was denkt ich, wenn ein Mann 100 Troop hat, und ein von sie verlieren wird, wird er nicht in 99 Tag loslassen und in den Boi gehen, um dort zu sägen, dass sie verloren hat. Und wenn er fängt, er sagt, er wird sich mehr zu einer freien, als die 99 verbiest werden. werden. Hier sagt Jesus, wort von der große Freude und wort von der große Leid hat, den verlorenen Schub hat. Er freit sich von Jesus. Das ist eine große Freude zu Jesus. Können wir uns das verstellen? Wo er Schub hat, Jesus als Shepherd, wo er Schub hat, wo er den geräuchte, den Schub am Tjane, der große Herd, er lasst auf einmal wo, und er zittert. Er kann seine Schub, und er auf einmal den Schub essen nicht mehr. Das ist ein verlorener Schub. Er sagt, dass es 100 Schub holt, und einen verlieren hat. So in Söhne Leid hat Jesus auch zu seinen Schub. Und er sieht, und er sieht, nur den verlorenen Schub, nur den 100 Schub, wenn er verloren hat. Und er sagt, um den Schub. Und wann er den Schub fing hat, was wird er tun? Wir können uns ein Bild merken, das eine verlorene Schub hat irgendwo ein Bitter in der Bäu oder Späck krüht, irgendwo hat das angehört mit der Woll und das bleibt der Stärke mit krüht und dort ist der Fuss, das verloren, das kann nicht mal trinken und Schäppert gehen, da ist vielleicht ein Bitter grüpp und her rütt gegangen, also sich bei der Bäu sind gewaft, habe nicht so Jesus kommt der Shepherd und er fängt den Schub und er nimmt das und macht das löst von Späckers und Barsch und woher er nimmt den Schub und er sagt das hier nicht gerade aber er sagt das ein Schub wenn der Schub wird verloren und der Schub hat sich fängt gelohnt das wird verloren ich kann mich verstehen das Shepherd wenn der Schub fängt das kann ein anderer Schub sein er nimmt los machen von der Barsch er nahm das Schub in seine Hänge oder Schiller er sagt Gout und er lebt mit der Träck mit der Hände seine Arbeit und er freit sich mehr zu den einen Schub als der 90 war er tot geblieben sind wenn er hat das Schub können rade er hat das Schub gefangen wird verloren wir du hast eine große Leib und das Schub hat und ein Schub halbe wird verloren ist das ist ein Port von seiner Arbeit und er hat ein Hort für das eine Schub und er hat dicht bei sich das Schub ist das Schub gut vielleicht soll er noch ein best Eil er wird sich auf die Hüte Lader schneden wo er hat wo der Schub fehlt wenn er wie ein verlorene Schub in 2003 gefangen an er hat das gefangen das verlorene Schub nach Versch 11 8 Große wurden sich ök der Engel im Himmel meier ewe einsender freien die amtiert os ewe nengen eindig gerichte die nicht amtieren brücken hier sagt dort wovon der Freien im Himmel so ewe in Schub ein Mensch ein Sender was sich treib fängt das eine große Freude im Himmel für die Engel das Shepherd hat und siegt den verlorenen Schub hat und siegt den verlorenen Schub und nehmt den einen Tau das dann wird der 30 wird trägt dann wir auch den Schub wo Jesus siegen ging und er fängt mich hat Jesus die gefangen die von Junt wird weiten was das was Jesus siegen fängt die den trigg nur den Dach und die Freien die sind dämpfer das was Jesus für ihnen geduhen hat das die es kommen fängt aus den Schub die von Junt wird nicht hervor hat Jesus dies nach büten er hat noch rum und er siegt und er rupt die sieg fing sieg sieg noch das Schub das verloren ist sieg 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 Schub schub zu sieg nehmen David David said Jesus Gott asked me shepherd Gott asked me shepherd that's wonderful Gott asked me shepherd the heart the shepherd and I sag wieder when the shepherd asked the he maketh me to lie down in green pastures he leadeth me beside the still waters he bring me up the green and let me be fresh water raven and does the angel should lie in that he maketh me to lie down in green pastures so Jesus dem moogt seine schub dem moogt er sich do leie auf das greine gros nu hab ich die gefungen du bist verurte was du bist verloren ich hab die gefungen und nu kost du die ut rebe leie die do hier im greine gros mag der andere hat schub würde tüß es würde er ab nur hab würde ver gesorgt wort leide hier du nu bast du sacher he leadeth me beside the still waters he let a schub besied im water he have rest he he provides rest Jesus the dead and fred and he verschoffe and that he ut rebe can ut rebe von what von krach van dat lewe wo sie sam bennig was de speckers en de asta wat de troop ha voye done en de titel se verloren wie en verloren goene deud van dot der te de troop nu rest ge dat sie ut rebe kan van dat lewe wo det hinge as ik have van dot wat we hinge ons have wat we beleef ha as we verloren gingen van dot gaf te nu rest jesus in jesus jene we on dynke down on beside the still waters jesus de troop be frashe buta der de greve lat de troop jesus jene jene die her for so 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 mer wie en chap en so wie jesus am chap next time high up en buta igun jesus erkanne deide am sae deide am schlap schab in schab schlup deide am sae deide dan keim he over de en dan de wind beschwichte en wie weet wat een storm en wind te wale te de wale want de huwe wale se have met wind te down met av en dots wo jesus de 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 stelle dat dat meer stel wordt dat dat toben de meer wordt dat grots wie was dat we op en r to hear en dat is een wondervolle beeld van vred want er een stroom wo is wat er gaat naar het schelen dat die kan so een krimpid heren dat is zo glad dat is een relaxing voor ons om te heren en bij zijn dat wo dat Jezus dat scho aan leie wat er zoveel die goede is in het leven wat verloren we hij dat dat bij zo voet dat hij dat uitreven vers 3 zegt hij restoreth my soul he leadeth me in the path of righteousness for his name sake hij jav mine seil nie kroft hij leid mij op gerachte we om sin numen sind hoven hij zegt dat zegt hij restoreth hij dat wat erfrasje mijn zeil erfrasje van der was een dag zei wie hier me geschichte van mensen die gaan oude huis restored die had ook niet gemerkt veel tijd in gelden en gespant hem een huis niet merken er een koor er een trok een oude koor antieks oude trok wat veel tieten had gespant zij gestribbelt en met geschaf dat dem ware schmack maken en dat het vormen en wat emmer dat brukt zodat het niet het vartig loopt of het oude truck body niet so they don en pot restore jesus they dat something in ons restore en dat is onze seel wat er verloren via dat dat hij restore dat is something dat kan dokters van de ochtend dag niet doen ja dat kan heart surgeries doen kan mensen op opereren en verschiedene kan de dokters doen wat de seel kan onze dokters van de ochtend dag niet be dat kan bloes de dokter jesus christus be dat kan door be dat kan onze seel be en wat hier sein dat in dat draithaf he 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 lead me in the path of righteousness for his name sake For his name's sake. Wer ist Gott? Was für Nume hat der Herr? Was David sagt, was den Shepherd ist. Der Herr, der Gott im Himmel. Der Herr, das ist ein gerechter Gott. He is a God of righteousness. Er ist ein gerechter Gott. Und wenn er der ist, und die Nume ist auch righteousness, das wäre der Herr. Das ist die Nume, er ist gerechter. Und wenn dort, wenn dort, heißt es dort, und die Nume dort ist, dann der Herr, der der Jesus, der Gott im Himmel, ja, Jesus will be Gott, verhindert welten in time, Jesus Gott, Gott der der, wenn sie Nume, dort kriegt es, gerechtert, dort, wenn der uns auch auf gerechter Weg führt. Er der uns auf gerechter Weg führt, wenn dort es, wer er ist. Das kriegt, wor er ist. Er führt uns auf gerechter Weg. Das ist, was Gott da hat. Das ist, was Jesus da hat. Er führt uns auf gerechter Weg. Dann sagt die Vierer Pfarrer, Jepa, Je, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, they rot, and they staff, they comfort me. Und wann ich auch durch in dieser Toll gehe, verrichte ich kein Auge, ich will, du best be me, dien Stag, in diene Stadt, sendt mein Trost. großart wie dort, das Gott ist ein gerechter Gott, das hat er uns gerechter Weg führt. Was schafft er dann, die Vierer Pfarrer ist, wann David sagt, wann ich auch durch ein diester Toll gehe. Dann bräck er mich nicht Angst hat für eigentlich, weil er mir Angst hat, was passieren, sagt er. Hier sei, war er die Toll verdrüh, wo er den Schub zu den Schäppert hat. Der Schub kann den Schäppert. Ein Wort von Toll verdrüh, der den Schäppert hat. Wenn ich, wer der Herr ist, und wenn er weiß, dass Gott den Schäppert ist, wann er auch diester für seine Übel lag, den wach, was er von der Gune hat. Und diester Toll, er hat nicht Angst, dass mir was passieren wird. Wieso nicht? Wenn Gott, der gerechter Gott, der wird mich führen. Was hat dann reich, durch die Dester Toll gehe? Weil Gott hat das so geführt. Aber das ist nicht der Punkt. Wir haben nicht so lange Fokus auf, wieso, woran, wieso nicht, wieso geht mich dort so. Weil wir uns doch nicht so drauf mitmerken. Weil wir uns denken, wer uns führen wird. Wer ist mein Schäppert? Und er sagt, dass er das gerecht, er hat die Nummer erst gerecht, und er hat das gerecht für, und er hat die Dester Toll. Über den Taufen drühe, wo der Schub zu dem Schäppert hat. Er weiß, wer der Schäppert ist. Er weiß, dass der Schäppert hat noch den Stock, den Stock, zum Lähnen, oder zum Schubtrag, wiese, den Stock hat er noch. For thou art with me, thy rod, and thy staff, they comfort me. Der Stock in der Stadt, der Teacher sagt, den Stock und deine Stadt sind mir in Trost. Wenn ich denn noch nicht sein kann, der Stock, wo der Schäppert, wird Brücke zu mir tragen, und wenn ich die Schäppert ist bei mir, und er ist nicht wieder offen von mir, dass er immer bei mir haben kann. Er will mir den Stock mit Lähnen führen, in der Wiese, wo ich hier gehen soll, mit der Glotte Pfeil. Er will, er will sich da im Zimmer, er will nicht offen von mir bleiben, er will mir lange gehen, mit den Stock, dass er mich mit Lähnen führen, wenn du ein bisschen Dester Toll hast, und wenn er dort trühe, hat der Schub zu dem Schäppert. Der Schäppert asks nicht without reach of his Lamb. Er will das Lohm fangen, er will das Lohm guide, er will das Lohm, weil es am Verloten ist, was er in Dester Toll ist, was er will, was er will, was er will, Psalm 4, Vers 2 und 3, Mein Wort, oh, das ist so für dich, Gott ist unsere Tofflucht, auch unsere Kraft, er ist eine gewünschte halb und große Not. Das ist von Korra, seine Sehns, fertig, das Psalm, aber hier sei wie auch, wo du ein Tofflucht hast, zu Gott, und sie sei, er ist eine gewünschte. Was wünscht wir uns, wenn wir im Trübel sind? Weil wir hier über Rüttkummer, wir hier über Dirkfing, das soll wir uns wünschen tun. In diesem Psalm sage ich, dass Gott erst die Tofflucht und unsere Kraft erst eine gewünschte halb und große Not. Da werden wir uns nicht fürchten und wenn die Welt wird andrehen und die Boi am Meer versinken. Wenn sich das verfeilt, Dinge rammen uns gar reich, über die Toffe trüe es an Gott. Das Schub, das Wort, das Can't den Shepherd und den Shepherd trusten. Vielleicht hat der Shepherd, ja, man gleich mit dem Stock, was er brüttet zu mir und den Busch rütt lädt, rütt vier, der Asse zu zieht, und rütt kommen, dass ich verloren bin, der Shepherd mich fängt, den Stock habe ich noch einmal, und mit dem das haben wir noch einmal wiesen und lädt . Du magst für mich einen Dach reit, sodat meine Fiend du jetzt mir oil auf den Kopf und ever so preparest a table before me in the presence of mine enemies so anointest my head with oil my cup runneth over that's what the shepherd did for his troop jesus did protect he protects and satisfies my soul he did me beschütze and he did me in the soil to free down that's what they dash as what he for me read me on that jesus schämpft sich goch do to wiese the shepherd on shepherd jesus he schämpft sich goch do for other menschen to wiese that this troop that give I do a koudre that is my troop he schämpft goch this troop maud and kraft to give what am that fele do eat so he say that should make for the troop fair man what not god down down what god in shepherd down god shame goch jesus shame goch do that how this troop what fair and man show what goch seen is to to weise that this troop that is meet that fow that I I give the troop what it fele what lot under chub that so that that chub as sacha that chub I have got a word and they can see in word and the word can that chub chub that chub chub is chub Samuel sagt das nicht gleich, dass Samuel David hat Eil ab dem Kopf abgegottet, aber er hat den Ansalbe, und wir nehmen den Pferd, und er hat den Pferd von dem gewaßt. Ansalbe, wo er immer so dort zu der Tiete ist. Hier sagt David, du jetzt mein Eil ab dem Kopf, mein Kopf, und Ewa. Ich habe ihn gleich und dort gedacht, wo Samuel am der Ansalbe hat, weil wir, wenn Gott hat, Samuel geschickt hat zu dann, so, und das gedacht, in andere wäre, ich würde gleich klingelt, was von dem ersten Samuel saß, 10-13, zu lesen, da sagt und the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Samuel, David hat angesauft zu Cainich, Krag dann, Cain Gott sein Geist auf David noch, und von da wieder, wie Gott sein Geist der wir mit David und das ist ein Bild von den Shepherd, von Jesus Christus ans Shepherd, von den Shepherd und seinen Schub. Der Shepherd, der der ans Eil, man ans Eil salben, seinen Schub, wo das fehlen wird. Hei weit am, aus dem Schub fällt eine Salbe nicht, wo das fehlt. Hei weit am. Und David sagt hier, du jetzt mein Eil auf den Kopf, mein Kopf, ever. Das ist gleich bloß dort ein Kleenbett Eil, weil das fehlt, das das Eil ever am Kopf gegete, wo das Koffel ever reint. Mein Koffel, sagt er. So Jezus das das so sehen, so Eil ever gegete, dass er meia aus die nur gaf. Zine Seenung in Andere Wera, da haben wir Zine schon von Kind Gottes der vor Seenung und Gott seine Seenung hat Ewa sein Schub geitet, bloß Ewa geitet, Seenung Er sei wie dort Ewa wo Gott ans wirklich Seen hat aus Seen Schub Gott die Schepper das Seen auf besonderer Wach hat Seenung Ewa Ewa Jeite Ewa Kopf das Wanne Eil Salbe De So Seenung Ewa Ent Jeite Das Schub Das Seen Koffel Es Fall Das Schub Das So Je Seen Von Ewa Shepard De Shepard Tekno Seen Schub Und Gap Das Schub Was Feilt Das Schub Das Bloß Overwhelmed Das Bloß So Emotional So Besonders So Besonders Je Seen Das Es Steht Bloß Wundert Wer Gott ist Wer Es De Shepard What Is Shepard Raid Half In Every Half For A Troop For A Troop This As The Surely Goodness And Mercy Shall Follow Me All The Days Of My Life And I Will Dwell In The House Of The Lord Forever Die zähl zähl. Gh szcz殺, goodness and mercy will go with me wherever the shepherd will take it. Soெ Cap das После the shepherds אותности throughout your life, Jesus sie nicht durch die Leib, sie wird mit mir gehen, so lange als ich lebe. Es ist wie in der Welt lebe, so ein Dich betaufen durch, hat die Troop den Shepherd. Wozu? Die Shepherd kann mir fangen, kann die Troop fangen, als ich verloren bin. Und was Hedan zu mir died, so wie ich leise died, wie sie den Wouter mir liebte, und sie gab mir Zacherheit, und dann leid sie mich über, und ich gehe in Dunkeltoe. Und was das alle Töp, was ich beleefd habe in der Leib. Der Troop sagt, in anderen Vierer, das sagt, this Shepherd, this Shepherd, der Worte me ganz durch das Leib führen. Das ist eine deipe, der Friedenstahlende Sicherheit, a deep satisfying security in der Shepherd, in was er an meine Seil die tun hat. Hier wird ein Schub, der ich nehme, ganz, aber es wird im Schubstahl sein. Heaven. So, wie hier in diesem Psalm, erstens, erster Versch, Jesus gebt sich selbst Hand, der Shepherd gebt sich selbst Hand für den Schub. Und der Shepherd gebt uns Rest, Jesus gebt uns Rest, für unsere Seil, für unsere Seil, gebt uns Rest, wenn wir uns loben, sägen, fingen von ihm. Der Dreie Affair sagt, he restores my soul, er der meine Seil frech machen. Der Vierde Affair, Jesus, er hat sein Lohm gehalten, er hat sein Lohm leiden, vier. In der Vierde Versch, er hat zufrieden, er hat zufrieden, zufrieden, was er zufrieden, er hat In der Seiste Versch, ein eilig home in heaven für seine Schub, für seine Kinder. Das ist der Shepherd, was David Tjane und was er von Scherive hat. Der Shepherd will den Shepherd loten, will den Tofen trü hat das Shepherd und er wird ans Reich leiden, vier. Und wenn wir den nicht tjane, dann sind höch titerl wie den tjane liere. Weil wir haben den Gebet, Schluss Gebet, Himmels Schafura, wir kommen fertig in diese Morgenstunde von des wundervolle Scheine Tag, was du uns gegevt hast. Wir danken dir verdient die Wahrheit. Wir danken dir für den Sünd David als einer von all die, die 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 gedeiht und die die schrieb hat, die Erfahrung wird sein mit dem Shepard wird. Dann fängt wir Jesus zu sagen in den Testament wot ein Shepherd ist, dass du der rechte Shepherd bist und du dein Leben ist für dich schub. Wir danken dir Jesus zu ver was du für uns getan hast am Krieg auf Gold und wir danken dir dafür dass wir können unsere Säule über dir dass du besorgt bist und in jedem von uns von dir ist China und das Gebiet wo du nicht in Besorgnis ever hast du bist besorgt an jedem einem seiner Säule du frechst die von ein Mensch der nicht kam von Schub der sich finger lebt da ist er all an die rechte wenn du so eine große freid dass er ihr raad ist von er haal und da danken die Jesus ver und dass wir das tofe können in die hat dass du wirst an sterkt für durch das Leben und eine Ewigkeit und dort wird das schein sein bei dem Himmel her wir danken die der ver für die dupe freid was wir der ver haben als die Kinder wirst uns wieder sein Dankeschön Jesus Amen